Ich hoffe, dass er nett ist. Not sure about. Hallo. Hallo. Ich soll ja kommen, weil ihr angeben wollt. Ja, genau. Komm her. Guck dir an, was wir Tolles gemacht haben. Und wir haben tolle Sachen zu verkünden. Genau. Also, coole Zuschauer haben uns coole Kommentare geschrieben. Und wir haben beschlossen, dass wir diesmal eher auf, nicht auf Industrial Craft, sondern auf Terminal Expansion setzen. Drum habe ich mich, könnte sagen, einen ganzen Nachmittag hingesetzt. Sondern produktiv. Moment, du hast den ganzen Nachmittag für diese Steam Machine gebraucht? Nein, da habe ich ja noch ganz viele andere Sachen ausprobiert. Wow, der Alokat hat eine Rüstung. Wow. Auf jeden Fall, man braucht erstmal, um in so ein neues Ding reinzukommen. Und meine erste Amtsausübung, nennt sich das? Amtsamtshandlung. Amtsamtshandlung. Wird sein, ein Steam Dynamo als Energiequelle herzustellen. Wow. So innovativ. Braucht man dafür nicht Lava? Nein. Nicht? Nein. Braucht man dafür? Dafür brauchen wir ja ein... Aber es gibt doch auch ein Ding, bei dem braucht man Lava, oder? Ja. Andi, du musst mir einen Gefallen tun. Was denn? Crafte einen Aquaeus-Akkumulator. Ach, den? Den habe ich schon mal gecraftet, glaube ich. Hast du denn auch schon ein bisschen Technik da, du Kap? Ähm, ich habe lediglich eine Turtle, habe mich jetzt nicht so mit Technik... HAKIERN! Ich brauche selber das hin, Bitch. Finger weg, Andi! Okay, du stirbst jetzt, ne? Hey, nein! Doch! Ich brauche selber das hin! Naja, für den Aquaeus-Akkumulator! Ja, der soll bleiben, wo er ist. Der Aquaeus-Akkumulator ist aber wichtig. Nein, der stinkt. So. Dann brauchen wir ein paar Fluiducts, die mache ich mal. Was hast du eigentlich bis jetzt dann? Er sagt es gerade, eine Turtle. Ähm, hast du da noch keine Pickaxe dran, oder was? Nein, ich hatte noch keine Dias gefunden, beziehungsweise ich war immer noch nicht so viel aufgenommen. Ähm, ich habe ja mit Kunga so ein bisschen hier am Anfang unser Häuschen gebaut und haben uns auf die Smeltry gerade am Anfang konzentriert. Und ich versuche mich gerade an diesen, ähm, Bienen. Das ist nämlich auch neu für mich. Was kann man mit denen dann eigentlich machen, Sinnvolles? Man kann Uran produzieren. Auf den Straßen wird gemobbelt, dass die Scheiße sind. Wenn ich das richtig verstanden hatte von Kunga, kann man die halt züchten und die sammeln dann Erze und alles Mögliche. Ich fand es ganz interessant, weil ich es halt wieder... Ich glaube, die Zuschauer haben mal wieder Scheiße erzählt. Glaubst du? Ja. Was haben die denn gesagt? Ja, das mit dem Fragezeichen. Ich wüsste jetzt nicht, wie das... Hey, oder warte, das geht doch bei beiden. Boah, es... Es geht bei beiden Versionen. Also, soll man jetzt Scheiße erzählen. Warum knaftest du das eigentlich nicht selten? Achso, nee, da bekam noch normales Glas. Ich dachte schon. Okay. Was ist das für eine beschissene... Hey, nein, 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 weil der erst... Der hat ja erst nur dieses eine angezeigt und dann... Das hat er kurz gehakt. Du kennst auch, wenn du diese Items durchschalten. Dann war es so ein total kompliziertes Glas. Ja. Boah, haben wir irgendwo auch nochmal einen normalen Ofen hier, der irgendwie auch frei ist? Ah, hier. Das. Haben wir irgendwo Glas? Dallocat, hast du Glas? Gas? Minimal habe ich. Ich glaube, ich habe so viel. Ah, wir haben Sand. Dieser Tisch bietet keinerlei Vorteile und er ist hässlich, weil dann kannst du die Kiste nicht verstecken. Und deswegen ist der Tisch abgelehnt. Offiziell? Offiziell. Von offizieller Stelle vermeldet? Ja. Erste Amtshandlung und so. So, dann könnte ich eigentlich mal checken. Wir haben uns natürlich noch weitere Sachen informiert. Ich weiß nicht. Dallocat, weißt du, was eine Query ist? Äh, ja, aber das ist doch das Ganze, das baut auch so eine ganze Fläche auf einmal ab, oder nicht? Genau. Ganz genau. Ganz genau. Und das ist, was wir haben. Äh, ein Däumen? Deswegen wollen wir eine Enderquellen. Hast du gerade gerülpt oder war das ein Äh? Das war ein Äh. Und deswegen brauche ich einen Diamond Drill, weil ich brauche Obsidian. Und da schließt sich der Kreis. Ja, meine Herren? Gib mir den Tin. Nein. Doch. Hier ist es aber Till im Ofen. Hä, was, warum braucht man da Enchanted Books für, Däumen? What the fuck? Ja, also wir kehren. Das ist ziemlich abgefahren. Äh, wir haben herausgefunden, dass eine, ähm, eine Enderquery deutlich umweltfreundlicher ist als eine normale Query. Sie ist, sie ist, alter, da würden sogar die Grünen sagen, finde ich. Eine Enderquery? Ja, da geben die Grünen einen Daumen hoch für. Äh, was, was kann die? Also der Unterschied ist, also die ist halt viel serverfreundlicher, die, anstatt die Blöcke einfach zu, ähm, ja, verschwinden zu lassen, ersetzt die jeden Block durch Dirt quasi. Ah. Und, äh, es sind maximal zwei Chunks gleichzeitig geladen, was eben dieser Vorteil für Server ist. In Guster. Genau. Und das Ding, äh, wir können das Ding also theoretisch einfach hier in die Steppe reinsetzen, und man würde den Unterschied gar nicht sehen, wenn wir hinterher wieder ein bisschen Graslauch draus landen. Ist doch geil. Das ist toll. Deshalb, ähm, mach ich mich auch stark für solche neue Technologien. So, ich wollte, ich brauche Copa. Ist diese Query in Anführungsstrichen schnell zu erarbeiten? Das ist so ein bisschen Endgame-Kram. Das ist so Middlegame. Nein, Dolm und ich haben gestern den totalen Endgame-Content entdeckt. Nein, den hätte ich schon total früher entdeckt, Kian. Den hatte ich schon entdeckt, bevor wir überhaupt angefangen haben. Was denn in diesem Fusionsreaktor? Ja, Kian, Andi und ich reden die ganze Zeit vom Fusionsreaktor, und Kian kommt gestern damit an und sagt, Borg, schau mal hier. Räum, fang. Ja, aber warum hast du es dann nicht im Richtigen gezeigt? So, Andi, jetzt nächste Herausforderung, ich brauche eine Hardened Energy Cell. Dafür habe ich die vorherigen Lösungen schon mal rausgesucht, wir werden, weil mit dem Fusion-Reaktor können wir nicht anfangen. Das ist einfach not possible. Ich kann hier keine Hardened Energy Cell machen. Oder doch, kann ich doch. Dude, natürlich, du musst. Deswegen machen wir erstmal einen Big-Reaktor. Warum kannst du nicht? Weil wir kein Inva haben. Das ist Inva. Ach so, Inva, das ist, ah, dafür brauchen wir einen Induction-Smelter. Das ist quasi der Ofen bei, sagen wir, Expansion. Und wenn du, wenn du, ne, dafür brauche ich erstmal die Energie. Ah! Okay, ähm, dann, das ist jetzt ein tolles, dann bevor ich... Hier bin ich wieder mit meinem geilen Generator, du Lappen. Ja, welcher geiler Generator. Ja, ich habe gesagt, nein, den brauchen wir nicht. Welchen geilen Generator denn? Meinen geilen Generator. Dann mach erstmal, Andi, dann mach erstmal hier eine, äh, Leadstone Energy Cell. Das ist quasi das Vor-Ding dazu. Letstone, let. Leadstone mit I-E. Ja, ihr hattet vorher mit Leo aufgenommen, oder? Richtig. Ist der auch so affin mit Technik? Ja. Ja, das ist ein ganz fixes Böschchen, der Leo. Hattest du auch schon mit dem aufgenommen, oder? Äh, ja, genau, aber da war ich noch in der, in der Mine unterwegs und hab Ärzte gesammelt. Äh, soll mir die Tin-Ore-Berries, wo musst du die reinballern? In den Meserator, ne? Ich hab keine Ahnung, ich kenne mich mit diesem Berry-Scheiß nicht aus. Ich schmeiß euch da mal was hin, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch braucht, aber es ist... Wow, wow, wow. Wo ist denn unser Rapper? Ach, das Zeug, danke, danke, danke. Oh, wie hab ich das gerade anfangen? Komm mal her, komm mal her. Hallo, wo ist denn unser Rapper? Nein, komm mal her. Unser Rapper, äh, schau in der Rapper-Kiste nach. Ah. Wir haben es ja, wir haben es ja. Ja, ich wusste nicht, ob ihr es braucht, ich hatte es jetzt halt noch gemacht, für den Burger und so. Die Turtle, die Turtle, die hat so viel Eisen, wir kommen gar nicht mit dem Schmelz hinterher, das ist das Problem. Ja, also das Eisen entsteht, äh, dieses komische Inward-Zeug entsteht als Nebenprodukt, wenn du Eisen ehrtst in diesen... Ach, das ist sozusagen diese Schlacke, normalerweise. Ja, nennen wir es mal Schlacke, genau, nur dass die wertvoll ist. Äh, ja, wo ist jetzt denn das ganze Blei? Wer hat das Blei geklaut? Was ist denn Blei? Ah, wir haben ja noch Crushed Let. Was ist überhaupt Blei auf Englisch? Let. Ach, das ist Blei! Wie wär's, wenn ihr entweder mal Deutsch oder Englisch sprecht, ne? Genauso wie mit Zinn und Tin. Äh, wer, 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 wer das, wer das... Da geht's ja noch. Wer hat das Copper, äh, das Kopfer geschmolzen? Äh, ich, du, habt Copper in Macerato getan. Wow, wow. Achso, das meinst du. Äh, abisi Redstone. So, dann machen wir mal das andere Ding. Jetzt noch Redstone Transmission Coil. Äh, dafür brauch ich nicht Silber. Hey, Silber hat endlich mal einen Sinn. Yeah! Noch, noch ein Grund mehr, diesen Mod zu verwenden. So, wo haben wir Silber? Jetzt muss ich Silber schmelzen. Hey, wo hab ich eigentlich die ganzen Rüstungsteile? Hö, ist ja lustig. Hat irgendwer Rüstung gemacht? Ich hab Rüstung. Die Alucard hat mir was springen lassen. So, ey, hat jemand eine Hose doppelt? Ich hab einen Helm doppelt. Ich brauch einen Helm. Oh, bitte sammeln und tauschen. Ja, ist beides sehr selten. Lohnt sich die Turb eigentlich nur mit einer Diapick-Ax? Die geht nur mit einer Diapick-Ax. Ich glaub, die geht nur mit einer Diapick-Ax. Ach, die geht nicht? Nein, 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 nein. Es geht auch anders, aber dann kann die diverse Sachen nicht abbauen. So war das, glaub ich. Hat ein Zuschauer mal kommentiert. Ich übernehme keinerlei Gewähr für meine Aussagen. Macht ja aber auch Sinn, ne? Macht Sinn, ja. So, dann, bitteschön. Hast du gemacht? Ja, wir brauchen mehrere. Mach mehrere. Ach, das sind quasi die Bedrocks. Also ich sag mal so ein... Das sind sozusagen die Energiespeicher. Genau, also so eine Steam-Dynamo macht mit 64 mit einem Stack Kohle circa zwei Millionen Redstone Flugs. Ja. Und eine Letstone Energy Cell kann 400.000 speichern. Also brauchen wir fünf Stück theoretisch davon, wenn wir alles speichern wollen. Wollen wir. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass mich dieser Forge immer abfuckt? Ja, der hat schon mal gesagt, dass ich solche Dinge einfach umgehe. Äh, Däum? Wie viel Redstone Flugs entspricht denn eine EU? Da hat man keine Umrechnung. Also wir wissen nur, dass zehn MJ sind ein Redstone Flugs. Nee, umgekehrt. Zehn nur Redstone Flugs sind ein MJ. Irgendwie. So, krass. Ja, und ein MJ, waren das nicht irgendwie 100 EU oder so? Nee, das lässt sich nicht so einfach umrechnen, glaube ich. Ey, doch, da gibt's doch die Energy Bridge. Da kann man doch das Ganze einfach umrechnen. Nein, da steht dann einfach drin, wie es ist, ja. Ja, das meine ich ja. Das ist right. Müsste doch irgendwo nachlesbar sein. Äh, ja, ich hab mal gegoogelt, aber ich hab nix gefunden in den ersten drei Einträgen. Da hatte ich keine Lust mehr. Ist das für euch denn immer noch was Neues? Weil man merkte, dass ihr schon... ...technik ja schon viel... Das ist schön, weil's alles anders ist. Die haben uns alle in den Arsch gefickt, die ganzen Mods. Die Mods wurden alle geupdatet in den letzten paar, sagen wir mal, letzten halben Jahr. Das heißt, das ist jetzt ziemlich viel anders. Und wie du, und ich... Zum Beispiel das Thermal Expansion, was ich gerade war, dabei hab ich früher noch nie was gemacht. Deswegen find ich das auch gut eigentlich, dass wir da mal was anderes machen, damit's nicht genau das Gleiche wieder alles ist. Ja, aber ich sag mal so, das macht aber auch immer wieder Spaß, find ich. Ja. Ja, aber ich find's auch geil, mal einen anderen Weg zu gehen. Äh, das Bone... Wer killt gerade ein Skelett? Ich hab ein Skelett. Bone an mich, bitte. Achso, wenn wir diesen... Da kommt er in den Pulverizer. ...den Aqualusimulator angeschmissen haben, da können wir auch einen Sprinkler dran anschließen. Ja, genau, das ist ja so, seine Wasserpumpe, ne? Quasi, und damit können wir das Feld bewässern. Ich geh mal kurz zu Sand sammeln. Äh, jetzt wollte ich diesen komischen Stab machen. Zack. Den Stab. Stab. Stab, der Weißhack. Stab. Was wollte ich hier mal mit Redstone? Ja, Leo hat immer noch seinen Holzbunker da stehen. Ach, der hat sich mit der Schmelze beschäftigt, letzte Mal. Ja, das seh ich. Ich weiß nicht, also bei Hero, sagt der was? Ja, klar. Äh, da hatten wir dir ja auch mal diese Schmelze. Also, sie ist cool, aber irgendwie weiß ich nicht. Ja, ich glaub, es gibt hier jetzt auch irgendwas, was das Ganze auch ersetzt. Ähm, aber halt in Technik-Kram oder nicht. Ja, Makarator eigentlich, oder? Ja, irgendwie super. Meserator, alles mögliche halt. Also, eigentlich... Also, die Sachen, die man damit halt gießen kann, die sind, also die Wechsel sind teilweise echt geil, aber die können aber auch nicht mit Diamond Drill und was weiß ich nicht alles mithalten. Doch, können sie, glaub ich, schon, wenn du es richtig machst, aber... Sicher? Äh, ich find's halt nicht so technisch. Aber mein... Ja gut, das... Nee, auf jeden Fall nicht. Aber ich find schon ganz praktisch, da den Baum so mit einem Schlag weg zu holzen und einfach mal geradeaus schnell durch... Ach, sowas kann man damit machen. Sowas kann man machen. Mit der Kettensäge geht das bestimmt auch. So, also jetzt hab ich noch eine Sache vergessen. Das ist das Letzte, was uns fehlt jetzt noch. Jetzt... Aber ich find das echt gut von dir, dass du mal produktiv bist, mal wieder. Ja, ich brauch's... Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich bin so ein Projektmensch, ich brauche ein Ziel vor Augen. Ja, dann hol dir einfach mal öfter Ziele. Gönn dir, gönn dir eine Runde Ziele. Liegt dir eine geringe Droprate bei mir. Oh. So. Die Legendary. Mindestens. Also Iridium ist einfach selten, oder wie ist das? Ich denke mal. Glas. Das ist halt richtig schlimm in diesen Modpacks, einfach die Masse an Ores. Ja, das ist einfach überwältigend. Ich find, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, muss ich sagen. Dann, wo machen wir unser Energielager erstmal? Äh, gib mir erstmal in die Staffel, wir bauen das dann gleich zusammen auf. Okay. Ist es denn hier auch wieder so unpraktisch gewählt, dass manche Sachen einfach total nutzlos sind, in Anführungsstrichen? Gerade wenn es verschiedene RRs sind. Na, manche Sachen sind... Achso, nutzlos sind. Wenn man sie halt nicht nutzt, dann... Wenn du manche Modpacks gar nicht nutzt, also manche Sachen sind Modpack-spezifisch, bin ich blind? Nehmen wir mal zum Beispiel, bei Technik gibt es auch, also wie gerade gesagt, diese Kettensäge, die kann ja auch ein Baum komplett fällen, nehme ich an. Ich glaube, die macht dasselbe. Weiß ich nicht. Oder über Tinkars kommst du ja, mit der Schmelze kommst du ja in diese Lember-Achse. Hätte mal einer... Ja, aber da redet er es mit seiner. Ach Quatsch, würde ich nicht unterbrechen. Aber auf jeden Fall sind Sachen ganz praktisch, aber ich denke, die gibt es in Technik halt auch wieder wesentlich besser. Das hat nicht so vergebene Mühe. Das ist halt ein anderer Weg. Also ich persönlich bin mehr freuen von diesen Technik-Sachen und nicht diesen Zauber-Futzpumpf. Copper liegt in der Kiste in Pulverform. Achso, warte, das kann ich ja auch im normalen Ofen gerade machen. Wir haben übrigens keine Energie mehr. So, Andi, wir sind ready to Aufbau. Ne, also warte, es fehlen noch zwei Let's-Down-Energy-Dinger. Ja, ja, die habe ich gleich. In der Zeit brauche ich einen Eimer an den Stisillator. Stisillator, Alter, was schlaß mit dir? Was ist denn jetzt dein nächstes Ziel, Dado, Kurt? Zu machen, zu tun? Ich wollte mir jetzt erstmal mit der Turtle auseinandersetzen, indem ich jetzt gerade ein paar Dias hole. Ja. Achso, gut. Die muss man ja auch programmieren und alles. Ja, da haben wir... Also wir haben ein Programm, was du natürlich gerne haben kannst. Du kannst natürlich auch selber was programmieren, wenn du da Bock drauf hast. Ganz schwildermarkst. Ja, doch. Also, wenn du die fertig hast, können wir dir da gerne bei helfen. Ja, Andi? Ich werde mich dann bis zur nächsten Aufnahme selbst auch mal mit Terminal Expans auseinandersetzen. Ja, gut. Also, was dann der nächste Schritt wäre, dass wir uns einen Pulverizer holen. Ja, der ist ja nicht schwer zu bauen. Ah, nee, ich bin dumm, ich bin dumm. Ich habe vorhin was Falsches gesagt. Was? Dieses Inva-Zeug, ich glaube, das entsteht als Nebenprodukt beim Pulverizer, nicht beim Smelter. Ja, whatever. Sorry, 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 Andi, sorry. So, wir sind ready to jump. So, gut. Jetzt brauchen wir noch einen Ort, um unser kleines Ding aufzubauen. Äh, ich würde sagen, wollen wir ihn erst mal hier hinten in die Ecke stellen? Aber nicht im Haus. Wo bist du? Warum nicht im Haus? Einfach erst mal hier hinten in die Ecke. Hä, weil das Haus kein Ort ist? Hä, doch, das wird doch hinterher einfach da drunter sein, im Keller dann. Im Keller ist die in den Gehen. Ja, warum wir das erst mal hier außerhalb hin tun? Ja, warum denn nicht hier hinten hin? Erst mal. Dann steht es drin, fertig. Ja gut, das ist eh keine langfristige Sache. Ja, eben. So, bist du bereit? Ja. So, also formen wir. Gibt es da nicht auch noch diese Kabel, diese speziellen? Ja, die habe ich schon hergestellt. Ein Dreierloch. Ja, wir bräuchten noch Kohle. Ein Stack Kohle bräuchten wir. This is where your plan ends. Ja, das ist, geh mal Bäume fällen. Geh mal Bäume fällen und mach uns Kohle. Ich bau dir jetzt einfach Zeit, dass wir, äh, das Ganze, äh, unabhängig hinkriegen. Ja, aber... Ja, mach mal Yala mit der Query. Es gibt ja auch bei so einem anderen Mod, der auch mit Reds und Flugs arbeitet, ja auch so einen Generator, wo man auch Kohle reintut, aber der macht, äh, weniger, deutlich weniger Energie aus dem Stack Kohle, also der die Steam-Dinge schon effizienter hat. Das ist doch dieser, dieser eine Motor da, ne? Ja, es gibt diesen, warte, ich kann es mal kurz zeigen. Äh, ja, der, 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 der auch, wo die, wo die, wo die, wo die, wo die diese Pumpen hatten aus dem Mod, ne? Äh, Furnace Generator. Ne, ne, es gibt noch einen, so eine komische Engine ist das, weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Ja, gut, was ich meine, ist der Furnace Generator, da tut man auch Kohle rein, der macht jetzt so einen Flugs, aber der ist, wie gesagt, nicht so effizient. Mhm, mhm, mhm. Ein Nizem-Kopper. Eine Redstone-Engine, er zeigt dir eigentlich auch Redstone-Flugs, oder gibt's hier überhaupt noch Redstone-Flugs? Nee, die, die funktioniert, also die gibt's noch, aber ich weiß irgendwie nicht mehr, ob die so richtig funktionieren. Seid ihr eigentlich behindert? Ihr könnt doch nicht dann einfach die ganze Kohle hier rausreißen. Ja, erstmal doch, ich brauch die jetzt zum Holzkohle machen. Nee, erstmal nicht. Ja, doch. Du musst jetzt schon mal zu Ende laufen. Ich bin mir nicht ganz verkehrt auf. das ist jetzt sicher, wie man, äh, ich find, hallo? Hallo. 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 Was denn? Was denn? Ich will den Dude da oben draufsetzen. Aber will der mich verarschen? Na, was funktioniert nicht? Hört sich ja gut vorbereitet zu haben. Ich will planten. Äh, planten. Plant, plant the bomb! Gib mal her. Ja, Dom, Dom spielt wieder wie viel, wie viel, wie viel als der ist. Setz mal da drüber. Bist du ein Zauberer, kannst du das? Dann, dann, Kean? Warte mal. Was? Was funktioniert denn nicht, Dom? Was ist, sagst Kean. Das Ding ist, glaube ich, noch nicht gefüllt. Kann das? Das ist ein Frame, Mann! Was tust du, Andi? Hä? Du hast ein fucking Frame hergestellt. Was soll ich denn dann machen? Du sollst eine Cell, kein Frame. Ah, das ist ein... Ja, gut, der Frame ist ein Typ. Jetzt brauchst du noch ein bisschen Copper. Also, Andi, hier... Ja, mach mal. Ja, ey, 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 solche Anfängerfehler will ich hier nicht mehr sehen. Mach mal, ich sorg für... Bauma, ich sorg für die Kohle. Äh, Dalukat, hast du einen Timer gestellt? Ähm, Nein, aber ich kann's dir gleich sagen. Weil? Nein, aber ich kann's dir gleich sagen. Ich hab keinen Timer, aber ich kann nachgucken. Hä, wie kannst du das denn nachgucken, wenn du es nicht direkt siehst? Ich bin im Fenstermodus. Ach so einer bist du so. Einer, der so 10 Pixel unten abgeschnitten hat oder sowas in der Richtung. Oh, der macht einfach nur 720p? So ein Schlingel. Was? Was ist das denn? Ich bin bei 19 Minuten. Alles klar, dann machen wir noch kurz hier zu Ende. Elektrom... Ich hatte... Das ist woher Plan ends. Let's where my Plan ends. Scheiße, wie macht man die Dinger? Das ist aber kein Erz, oder? Ich hab keine Ahnung, wie man Elektrom macht. Boah. Bist du eigentlich aus deiner Mine mal raus oder was machst du gerade? Mach dir gleich das Wiki auf und Kieran aufnimmt und finde es da raus. Da, Lukat. Äh, ich such noch die letzten Dias. Ich bin gerade unten. Ich glaube, ich bin in euren Strip-Mining-Tunnel gehört. Okay. Was? Ich komm da gleich hin. Ich bin hier gut versteckt. Dieses Blend. Ich verbitte mir dieses Eindringen in unser System. Ah, das ist easy peasy lemon squeezy. Ich brauch ein bisschen Silber und ein bisschen Gold. Das musst du... Mach mal Elektrum. Ah, nee, das müssen wir pulverisieren. Ja, ein Pulverizer. Ja, und wo kriegen wir die Energie her? Ich glaube, wir kommen im Clearance Generator nicht rum. Okay, willst du mal deinen Generator machen? Ja, wir haben noch einen Generator, der mit Kohle läuft. Redstone Flux Generator. Oder? Um was geht es jetzt? Was willst du machen? Wir müssen, brauchen ein ganz bisschen Energie. Wir brauchen einen Pulverizer und mit dem müssen wir Gold und Silber einmal kurz pulverizen, damit wir dieses... Und das geht nicht mit unserem Makarator? Nee, damit kannst du nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. daraus wird ja das gemacht und wir brauchen Blenden. Aber sicher kann ich euch einen schönen, schönen, äh, Generator bauen. Gut, dann hol ich schon mal hier einen... Was kann denn dein Generator so? Aber erst mal bräuchten wir dafür ein bisschen Eisen. Dafür brauch ich einen freien Ofen. Ja, ich mach ja gerade massig Kohle. Ich sammle gerade noch mehr Holz und wir noch mehr Holzkohle machen können. Aber ich würde sagen, dann machen wir das doch in der nächsten Folge. Ja. Und banden diese hier erstmal. Gut, also auf jeden Fall, hier entsteht ein Steven, äh, Dynamo-Engine-Boombs mit Energie und so. Booms-Dingsens. Äh, ich schaue dann vielleicht mal nächste Folge kurz bei, äh, Dalu-Cut auch mal vorbei, wenn ich dann hier däumenden Generator abgeliefert hab. Genau. Wenn du mir mit der Turtle helfen kannst. Äh, ja, wenn du da dann die drei Diamanten hast. Ja, Technischer Assistent. Hast du deine drei Diamanten dafür zusammen? Leider noch nicht. Können sie mir vorstrecken. Genau, wir könnten sie dir leihen, wenn du sie versprichst, zurückzugeben. Ansonsten, wir sind Nachbarn. Das heißt, wenn du nicht zurückzahlst, könntest du, dass du irgendwann auf den Server kommst und dein Haus niedergebrannt ist. Äh, wieso niedergebrannt hier? Wir haben schon zwei Uranium-Blöcke, ne? Wir sind nicht mehr weit weg von der Atombombe. Also, ne? Du weißt, was da auf dem Spiel steht. Kannst du das überlegen, ob es dir das wert ist. Ich glaube, ich leih mir bei euch nicht die richtige Antwort gewesen. Nein. Äh, ja, dann, genau, schaut beim Dalu-Card vorbei. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach hoch geben. Nach hoch? Nach oben, sorry. Know how it goes? Ja, äh, genau, also, könnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach sorry, jetzt hast du schon zu spät gesagt. Also,